das ist nicht offen damit ein Herzliches Willkommen zu Mario Kart Wii Mario Kart wird immer zusammengespielt mit ja ich sag nicht meinen eigenen Namen, da komm ich mit Doof mein Tor ja da ich momentan leider keinen anderen Kletterkontroller habe oder ich würde sagen, machen wir eher damit nie weiter hier die Kletterkontrolle habe ich leider nicht rumliegen ähm aber wieder alles 50, 150 Spiegel ich würde nur sagen 150 in Spiegel ok nehmen wir die Korks auf normal Kursor auswählen die Items hier warte mal, Rennen macht mal 4, 5 die Items, die Items noch mal auf Standard die Items noch mal auf Standard, so ja damit wir normale Grom-Ki äh Verhältnisse haben Ja, äh. Jetzt fangst du dich wieder vorstellen. Oh, komm. Oh, das muss ich Pause annehmen. Ähm, den nehmen wir für den Anfang mal ein leichter Weg. Ähm. Boah, sieht der scheiße aus. Soll ich das gut sein? Ja, so halt jetzt. Entschuldige. Äh, das geht mir noch mal bei. Das geht mir wieder. Was ist jetzt besser? Ja, Automatik ist, dann wird es so gesehen, aber ohne einen Booster. Manweil ist halt, du musst selber wirken. Aber du kriegst einen Booster. Ja, ich kann aber nicht. Ich kann aber nicht. Ja, kann man auch automatisch. So, fang damit ein Pilz noch an. Ja, du sollst, wie gesagt, du sollst in meinem Job noch ein bisschen. Halt den noch feste. Du könntest den dann noch festhalten. Ja, du kannst natürlich auch weglegen. Also, dann können wir auch spielen, ne? Du kannst ja auch irgendwie hinlegen. Kannst du aber abziehen. Ja, klar. Kannst du den Lenker da spielen, ne? Kannst du den Lenker da spielen, ne? Das ist aber gut. Ne. 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 Kann ich hier irgendwie noch nicht so heftig wie... Auch man. Aber ich krieg diese scheiß Wolke. Gibt die, äh, irgendeine Abgabe, ne? Ich krieg die da direkt wieder. Ich hoffe, dass ich wirklich die Aufnahme lässt den Sound. Also den jetzt wieder zu finden. Was überholst du mich einfach? Ja, was man auch sagen muss, äh, viel lieber auf dem Sackle, die ist in Wii besser als die auf dem Kind. Ja. Nicht viel, aber... Ich sehe nichts. Ja, aber ein bisschen. Das ist nicht mehr ganz zu fein. Ey. Oh, ja, hallo! Was geht? Na klar. Ich sehe ich wieder nichts. Ne, äh... Neuerungen. Die sind ja eigentlich nur veralternd und, äh, das ist noch ein Witz. Wenn man klein ist, wenn man klein ist, nicht mehr, äh... Platzig war. Genau. Ja, dafür kannst du jetzt vor einem riesigen Riesenpuff kommen. Ein riesigen Riesenpuff. What? Ey, hallo! Was geht? Nein! Ich werde es gleich wieder gemacht. Ja, komm, überfahm ich mich. Stimmt. Ein Pils. Ja, und ich hole ich dann mehr, die waren ruhig schon mal irgendwo. Egal, nicht, dass er noch überholt wird. Ja, es gibt 15 Punkte für mich. Die Wii ist ja voll der, der am Rad hat. Warum? Sag mal so. So, Kubu-Weibe hat nichts mit der Engelrichtlinie zu tun. Aber da steht auch Mumus rum, ne? Ja. Wir sind doch keine Mumus, das ist der Crew, hm? Jetzt was? Ich... Ich bin aber zu selten dafür. Ich kann nicht springen. Ja, weil du kein Auto, weil du automatisch gewählt hast. Nein, da kann man trotzdem springen. Das ist klar. Nein. Nein! Ich meine den Strom muss ganz knacken. Achso, ja. Aber das ist ein bisschen früher. Das ist ein bisschen früher. Das ist ein bisschen früher. Okay, das ist echt. Auch keine Maulwürfe. Und ich, das magst du doch so. Eine kleine Maulwürfe. Oh nee, jetzt können wir hier aber auch in der Tür öffnen. Ich hasse es, wenn die Vieh da auf die Strecke kommen Dann können die auf die Strecke... Ja... Weiß ich nicht... Trotz des Kopfplatte... Die letzte Runde will auch nur... Ben... Schade, das ist so, jetzt bist du abgewickelt gerade... Mh... Ja, weil die Eid sich auf Eid zu stellen... Standard... Schade, schade... Wie soll ich wieder... Den nächsten Mal können wir wieder auf Kurier hochstellen... Das ist so... Ist so... Zum Kotzen... Was nötig... Ah... Ich hab den Maul aufgetroffen... Das macht den Maul... Aber... Herzlich Willi... Egal... Und nur Kratzen... Pfff... Damit funktioniert das für dir, ich finde... Weil mit dem Controller war das ein bisschen durch... Das kann man eigentlich... Du hast aber einen Punkt... Und einen Punkt... Und einen Punkt... Rival... Rival... Hauptsache ich stehe besser da... Als in dem Entfernen... Ja... So, dann machen wir mal eine Pilzschlucht... Es gibt so schnell die Nase... Es gibt so schnell die Nase... Es gibt so schnell... Guck mal... Dritte Strecke... Wir haben aber auch das jetzt vermuten... Sag... Döööööööö... So... Jetzt sind wir der Einsatz bereit... Warte mal... Sie schraubeln... Ja... Ich mag dich der Geruch nicht... Dann muss man sogar auf Lücken setzen... Kacke. Hier ist übrigens die leichte Version von deinem Matchball, ne. Auch eine extrem geile Kurvenlage. Aber naja, selbst wenn man langsam aufkommt und so weiter. Kacke. Bumm. Ich bin müder Zweiter, was ist mit mir los? Ich will alles, alle Tür-Rennen installieren. Deswegen kann er in diesem Radio auch sein. Das weiß ich nicht. Wow. Weil das, dieser Tintetisch braucht scheiß um. Dieser scheiß Tintetisch stimmt so oft vor, ne. Vielleicht nicht mehr. Ja. Aaaaah. Abgeschüttelt. Das ohne Eifel. Einfach ein bisschen da am Rand gefahren und er wollte ihn nicht treffen. Und ja. Wir sind abgehoben. Wir sind hier ein bisschen anders, die Panzer. Wenn die Gumbas übrigens jetzt kaputt schießt, dann kriegt er einen Pilz da ab. Wie mies! Wie die Gumbas? Die sind kaputt gegangen gegen ihn jetzt. Solltest du euch hin, ne? Ja. So war es. Nein, das war drin. Wie ist er mit dir auch. Da hat er mich wider- Ich bin jetzt ein Tintetisch. Das gebe ich gerne zu. Und so Tintetisch bitte. Ach ja! Ich will's auch mal an, priority. Also... Oah. Oh man, mein Auge tränen hat verletzt, hier muss man schwimmen. Ah, hier ist übrigens der Feucht, aber ich kann auch noch andere zocken. So, wer ist zu zweit? Wir könnten zu zweit ummen zocken, ja. Aber nur einer spielt aufgrund. Was ist mit der andere? Der andere ist einfach nur die ganze Zeit Gas. Also was ich und mein Bruder immer gemacht haben, ist, wir haben uns gegenseitig supportet. Also wenn er als Gas gespielt hat, war nett, er hat mich halt immer gefordert, also mich nie abgeknallt. Und dafür die anderen halt irgendwie blockiert. Das war jetzt extreme Slalom, was ich gerade gemacht habe. Das war jetzt nicht so. Eww. Aaaaaah. Oh, ich hab das. Das war jetzt nicht so. Verdammt, ich hab die Beinahe ein bisschen zu spät losgelassen. Also ich bin die ganze Zeit um 10 gerade weg vom zweiten. Ah, die gibt Gas. Oh nein, jetzt gleich ändert sich die Richtung von den Pfeilen. Ah, ich bin auch noch ein bisschen was mitzukriegen. Oh nein, die Bagger ändern mich wieder. Das sind Bagger, die am innen da sind. Obwohl sich die Turbo-Felder immer ändern. Das sind Bagger. Das sind Bagger. Das sind Bagger. Das sind Bagger. Egal. Verschercht mir aber. Ein Punkt verscherzt. Ach ja. Ich kann die Stücke halt nicht. Die Schumpen schon kurz. Die Schumpen schon kurz. Die Schumpen schon kurz. Die Schumpen. Die Schumpen. Die Schumpen.